Hey Freunde, damit kommen wir zur Traumblume Woche 3 Herausforderung Phase 1 von 3 Fange Fische an Angelstellen Ich empfehle euch, macht das Ganze hier unten bei Camp Cod Ich markiere euch das kurz, hier unten wäre Camp Cod Ich empfehle euch, macht das Ganze im Duo Modus, denn das Ganze ist eine Teamaufgabe Besorgt euch hier erstmal eine Angel oder vorne vom Hauptsteg Zack, wie ihr seht, macht mein Teammate hier fleißig mit und sammelt Fische für mich Zack So, damit hätten wir schon 4 von 5 Jetzt hole ich noch fix den letzten raus Zack, und damit hätten wir schon 5 von 5 Damit wäre die Aufgabe auch abgeschlossen Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da Und bis dahin sehen wir uns im nächsten Clip Ciao 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 Bis zum nächsten Mal.